Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schlag und Fertigt. Fabi, du hast dich eben schon aufgeregt. Wie geht es dir denn heute so? Ich habe mich schon gewundert, warum wir die Begrüßung machen würden. Sie müssen vielleicht hier reinstechen in meine... Ein bisschen in die Wunde rein, ja. Ich bin wieder zurück in NRW, das fühlt sich gut an. Wo warst du denn? In Ostdeutschland. Ostdeutschland, da können wir so einen Horroreffekt drunter legen. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Also wenn ich schneide, dann wird es schwer, glaube ich. Nee, wir haben gedreht für unser heutige Spezial zu den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen. Und Brandenburg kommt ja dann im Oktober noch. Und ja, Ostdeutschland. Willst du was dazu sagen? Ich weiß es nicht. Ja doch, ich kann kurz was dazu sagen. Es war interessant. Also das ist ja echt spannend. Immer diese Perspektive aus Ostdeutschland, die man so hat, die ist ja immer sehr negativ. Gerade weil man immer nur über die AfD-Zahlen spricht. Aber es ist ja nicht nur AfD der Osten. Also es sind ja auch noch, keine Ahnung, bei 30, 35 Prozent AfD ist ja immer noch, lass mich kurz rechnen, 65, 70 Prozent, die eben keine Nazi-Partei wählen. Und das darf man ja nicht vergessen. Es gibt auch nette Leute im Osten. Ja, das glaube ich. Das möchte ich vorweg schieben. Aber? Gleichzeitig finde ich es schon auffällig. Und ich kann das natürlich nicht so einschätzen, auch aufgrund meines Alters. Ich bin ja deutlich nach der Wiedervereinigung geboren. Und natürlich diese, man sagt ja immer, die Biografien oder die Brüche in der Biografie der Wiedervereinigung, die, egal, da teilweise auch nur mit die Wirtschaft dazu gemacht, Arbeitslosigkeit und so weiter. Wie das genau nachwirkt, das kann ich natürlich nicht so einschätzen, aber ich finde es trotzdem immer interessant, als jemand, der wirklich eigentlich dieses Ost-West-Ding ist ja erst so, seit die AfD so groß ist, für mich zumindest in meinem Kopf so da gewesen davor, hatte ich das nie so auf dem Schirm, dass wir kein so einiges Land sind. Das finde ich schon interessant, dass das da noch so da ist. Also ich könnte das jetzt auch nicht, ich habe das ja auch nie wahrgenommen. Ich war jetzt im Osten meistens zu spielen. Ansonsten, ja, habe ich mich damit auch gar nicht so beschäftigt, weil ich gar nicht davon ausging, dass das so ist. Klar hast du, glaube ich, das sieht man ja auch bei verschiedenen Dokumentationen oder sonst was, immer noch dieses Gedankengut. Gut, teilweise bei den Leuten, die im Osten groß geworden sind, die sich ja auch wieder die alten Strukturen zurückwünschen, die gibt es ja einfach. Ja. Und das Gefühl hatte ich jetzt bei mir zum Beispiel gar nicht, sondern dass das alles ganz normal ist, ein Deutschland und da gibt es gar nicht diese große Trennung. Aber für viele ist das ja noch sehr, trotzdem immer noch sehr präsent nach 30 Jahren. Ja, also offensichtlich scheint es zumindest ein höheres Potenzial da zu sein. Ich meine, die AfD ist ja aktuell auch im Westen stark, aber im Osten halt noch stärker. Plus dann das Bündnis Sarah Wagenknecht, das ja, würde ich sagen, durchaus auch zum populistischen Spektrum dazuzählen oder kann man dazuzählen, dass da auch stärker ist als im Westen. Da ist auf jeden Fall ein Potenzial da für populistische Parteien, das größer ist als im Westen, zumindest aktuell. Und ich finde immer, was mir jetzt nochmal so aufgefallen ist, der Osten ist einfach richtig scheiße schön. Sag dann, lass doch da Scheiße weg. Nee, es ist einfach fucking schön. Das ist wirklich unglaublich. So als gerade als NRWler läuft man so mit staunenden Augen dadurch. Es ist so schön. Es ist wirklich schön. Auch diese kleineren Städte, auch die größeren Städte. Erfurt war ich wunderschön. Dann in Görlitz haben wir gedreht, wo du über die Brücke dann nach Polen gehen kannst. Eine top kleine Stadt am Fluss irgendwie. Und das ist alles schön. Und dann laufen die Leute da mit so schlechter Laune rum und wählen irgendwelche Nazis. Wo du denkst, hä? Das ist doch voll geil hier. Kommt mal nach NRW, da ist alles kaputt. Das ist alles kaputt und wurde irgendwie notdürftig wieder aufgebaut. Ja, genau. Die ganzen schönen Gebäude. Da ist es so schön und die Leute haben trotzdem schlechte Laune. Das ist jetzt so meine tiefpsychologische Analyse. Von außen. Von sehr außen. Aber da denkst du so, als jemand, der auch schon öfter im Ruhrgebiet war, denkst du ja, Freunde, hier kann man schlechte Laune haben, wenn man sich das anguckt. Aber es ist doch wunderschön bei euch. Wunderschön. Da ist er wieder, der Akzent. Aber ja, das ist ja wirklich der Fall. Weil ich kann es aber dann auch nicht nachvollziehen, warum es da so unterschiedlich ist. Auch gerade was vielleicht auch politische Themen angeht. Wie die Leute da beeinflusst werden. Wo sind die Stellschrauben, die du eigentlich drehen müsstest, dass du genau nicht diese Entwicklung hast. Das ist, glaube ich, voll schwer zu sagen. Vor allem, wenn es doch alles so schön ist. Es ist wirklich scheiße schön. Fucking schön. Der scheiß schöne Osten. Plus, das finde ich ja dann auch immer interessant, die Angst vor den Ölsländern ist natürlich da auch ausgeprägt. Aber da sind gar keine Ölsländer. Also, auch da kann ich nur sagen, da ist wirklich, das hat ja auch so, gibt es ja auch Studien, glaube ich, zu, dass in Städten, wo ein viel größerer Anteil auch an Menschen wohnt mit Migrationsgeschichte, die AfD-Zahlen viel niedriger sind, als wo das nicht so ist. Keine Ahnung, weil diese, die Angst vor dem Ölsländer ist größer, wenn man ihn nicht kennt wohl. Und vielleicht noch nie die Erfahrung gemacht hat, dass Ausländer überraschenderweise auch nette Menschen sind. Kann ich bestätigen. Echt unfassbar. Jetzt auch nicht, wie du sagst, das ist ja dann so ein bisschen der Populismus, der geschürt wird, gerade in den Regionen, der dann aber auch Wirkung zeigt. Ja. Und dann war ich da auch noch bei einer Höcke-Veranstaltung, während Lutz beim CSD in Bautzen gedreht hat. Und der, und dieser CSD wurde ja auch von Neonazis bedroht und die im Versuch, den zu sprengen, wie du auch denkst, Alter, es ist schon, tja, schon krass, was da so für Leute rumlaufen. Und bei der Höcke-Demo war es nicht anders, es ist ja so lustig, die wollen immer für Meinungsfreiheit und so, dass man alles sagen darf, aber als Kamerateam wird man da eher bedroht. Also man darf alles sagen, wenn es ihrer Meinung entspricht. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Das ist schon ein Unterschied. Ja, das stimmt. Dann muss ich auch noch mal in mich gehen, sich das besser verinnerliche, als Journalist auch. Ja. Ja, es ist aber, ja trotzdem so, wenn du, wie du schon sagst, du gehst da hin, du willst ja dann darüber berichten auch und fährst mit dem Gefühl nach Hause, oh, weiß nicht, das war jetzt nicht so geil. Oder ich muss Angst haben, dass ich jetzt nicht irgendwie auf die Fresse krieg. Ja, das ist wirklich so. Also die sind ja auch, ich sag mal, ich bin ja jetzt auch nicht der massigste Typ. Ja, da hast du schon ein bisschen in der Reha was gemacht. Ja, das stimmt. Dennoch laufen halt dann auch Leute in diesen The White Race T-Shirts rum, ne? Statt The North Face, sehr schön abgewanderte White Race. Und die sehen halt auch so aus, wenn die dir schon so grinsend rüberwinken und sich darauf freuen, wenn du unbeobachtet bist. Weil da ist natürlich dann auch, steht natürlich erstmal massig Polizei rum bei so einer Veranstaltung. Aber die geben dir dann schon zu verstehen. Oder auch so Leute. Dass du nicht erwünscht bist. Ja, ja. Und dass sie mir das dann auch hinterher gern zeigen würden. Mit Zeichensprache. Und ja, auch so Leute, die unverhohlen zu mir gerufen haben, sei froh, dass hier Polizisten rumstehen. Sonst wirst du hier nicht so einfach wegkommen. Jüngelchen. Okay, das ist dann wirklich auch wieder so ein Punkt, der ein bisschen zu viel ist, ne? Ein bisschen. Ja, ein bisschen vielleicht. Ja, das ist ja das, wenn dann da kritisch auch mal drauf geblickt wird, was ihr wahrscheinlich schon so ein bisschen vorhabt, dann fühlen sie sich ja auch direkt angegriffen. Und da geht das, glaube ich, ganz schnell, dass so eine Stimmung kippen kann. Ja, auf jeden Fall. Also die, das ist ja sowieso, die Stimmung bei solchen Veranstaltungen ist ja eh aggressiv. So eine Grundaggressivität liegt in der Luft. Aber ist denn da dann auch Gegendemo? Also zwei Parteien, die natürlich aufeinandertreffen. Es gab eine Gegendemo, die waren aber räumlich getrennt. Also die waren 500 Meter weiter. Ja, aber trotzdem hast du ja dann immer an solchen Tagen auf so einem Pulverfass natürlich immer die Möglichkeit, dass es da eskalieren kann. Die Polizei, da muss ich auch sagen, da hätte ich als Polizist auch keinen Bock drauf. Weißt du, schön Samstagmittag, da können wir auch schöneres vorstellen. Mein Mitgefühl an die Polizisten. Ja, war auf jeden Fall schön. Deswegen bin ich froh, wieder in NRW zu sein. In unserem kaputten, hässlichen NRW. Aber hier, das ist mir halt schon aufgefallen oder das fällt einem schon auf, wie akzeptiert es im Stadtbild auch ist, wenn Leute mit so T-Shirts, mit Runen oder so Ride Race oder so, auch in so normalen Städten, jetzt mal unabhängig von AfD-Veranstaltungen oder so. Du siehst es einfach mehrfach am Tag, so Leute mit so T-Shirts mit gewissen Aufschriften drauf. Oder Autoaufkleber, sowas wie, es gibt gar nicht genug Äxte wie Köpfe von Menschen. Das ist schon sehr extrem. Schöner Autoaufkleber, Kollege. Das ist extrem. Oder, was war der andere Autoaufkleber, den fand ich auch toll. Auch natürlich in Runenschrift, es ist alles immer in Runenschrift, ne. Lüge nicht, betrüge nicht, stehle nicht. Die Regierung duldet keine Konkurrenz. Jemand unzufrieden, ne. Mit der Ampel. Ja, mit der Ampel oder mit der Regierung allgemein. Es ist ja immer irgendwas. Und das finde ich schon interessant. Klar, jetzt ist Köln natürlich auch eine Großstadt. Aber auch in anderen Städten, habe ich das jetzt noch nicht so erlebt, auch nicht nur in NRW, sondern auch in anderen westdeutschen Städten, dieses, dass dir das so wirklich auffällt, so mehrfach am Tag, so Leute, die sich so offen durchs Stadtbild so laufen. Ja, aber weil du vielleicht auch gar nicht so drauf achtest, bist du ja jetzt zu dem Thema da hingefahren. Also ganz ehrlich, wie oft hast du in Köln schon irgendwelche Leute mit The White Race T-Shirts gesehen oder so Runenzeichen? Nix, also ich könnte aber auch jetzt nicht sagen, ich habe irgendwelche anderen Parolen gelesen oder nicht. Also eher nicht, weil da gucke ich gar nicht so drauf, muss ich ehrlich gestehen. Nur ich habe das Gefühl, wenn ich das jetzt wüsste und jetzt die nächste Woche durch die Stadt laufe, da werde ich natürlich ein bisschen mehr darauf achten. Mach mal, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Dichte an T-Shirts dort höher ist. Das kann natürlich sein. Ja. Da gebe ich dir recht. Das ist aber doch, ich merke ja, ein bisschen frustrierendes Thema. Vielleicht sollten wir da umschwenken. Ja, das stimmt. Dass die Laune ein bisschen besser wird. Was hast du denn am Wochenende gemacht? Ich? Am Wochenende? Ich war in Elbersbergs FC-Spiel gucken. Das ist ja noch frustrierender, das Thema. Ja, da habe ich mich dran gegeben. Ich dachte, das ist jetzt ein Spiel im Saarland. Das ist für mich dann auch quasi ein Heimspiel. Dann bin ich Samstagmorgen hingefahren, kurz frisch gemacht, dann ab ins Stadion. Ja, muss sagen, war auch ein bisschen frustriert nach dem Spiel. Ja, ein bisschen enttäuscht. Mir hat er schon mehr erhofft und gerade nach der ersten Halbzeit gedacht, ja, passt schon. Aber mit einem Abpfiff war es schon eine schwere Kost. Ich weiß nicht, kennst du diesen Fußballspruch aus England, wenn irgendein Spieler, keine Ahnung, von Man City oder Liverpool oder was auch immer, ein geiles Tor schießt, aber dir hat diesen Spruch, but can you do it on a cold night in Stoke? Den kenne ich gar nicht. Ich habe gerade, kann ich dir empfehlen, von Christoph Biermann, dem Chefredakteur oder stellvertretenden Chefredakteur von Elfreunde, der hat ja ein Buch geschrieben über die Geschichte der Kommerzialisierung des Fußballs. Da habe ich das mitbekommen, can you do it on a cold night in Stoke? Weil Stoke wohl so ein total zugiges, nebliges Stadion hat. Ja, das ist auch komplett offen, glaube ich, oder zumindest die Ecken sind offen und teilweise ist es ja in England dann auch so, dass die Stadien gar nicht so hoch gebaut sind. Das heißt, da zieht es gerne rein und das weiß ich, dass Stoke auf jeden Fall, da die ja auch Family gespielt haben, immer für solche Witterungsverhältnisse bekannt waren. Da ist es eben so ein Spruch, wenn irgendein Bellingham ein geiles Tor schießt, ja, aber but can you do it on a cold night in Stoke? Wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich nicht. So ungefähr war das dann in Elversberg jetzt. Genau, das dachte ich nämlich auch, weil darum geht es in dieser Saison, ne? Also, but can you do it on a sweaty day in Elversberg? Und die Antwort ist no. Leider nein, ja. Leider nein. Also, die Stimmung, muss ich sagen, war gut. Es ist ja nur ein kleines Stadion, das wird auch noch umgebaut. Die FC-Fans haben gute Stimmung gemacht. Das war mit das Positive an dem Samstag. Aber zwei Sachen sind mir aufgefallen. Also, erstmal sind wir nach Elversberg gefahren. Das ist ein relativ kleines Dörfchen im Saarland. Haben dann irgendwo im Dorf gepackt, sind rübergelaufen. Wir haben uns zuerst mal an einem Kölzstand eingebaut. Da haben sie einen Kölzstand aufgebaut. Das war sehr nett eigentlich da von den Leuten. Haben wir da einen Kranz getrunken, dann rein. Dann ist mir schon aufgefallen, dass es da einfach Bitburger gibt im Saarland. Das ist ja so eine Sache zwischen Saarländer und Pfälzern. Saarländer sind nicht von Bitburger begeistert. Also zumindest bei mir im Freundeskreis und Umkreis nicht. Da wird eigentlich Karlsberg-Urpilz getrunken. Karlsberg-Urpilz. Ja. Das ist das saarländische Bier. Die haben auch Mixery. Vielleicht kennst du das. Das ist auch von der Karlsberg-Prauerei. Ah, okay. Das kennt man. Aber Karlsberg-Urpilz ist so für... Für die Connoisseure. So würde ich es jetzt nicht bezeichnen. Für die Trinker. So im Saarland relativ nah. Man, da gibt es da einfach Bitburger. Das hat mich schon ein bisschen gestört. Da habe ich ein bisschen abgefangen. Molchene Frikadelle essen gab es dann auch nicht zu dem Zeitpunkt. Da habe ich mich für Leona entschieden. Und da muss ich sagen, ein Tipp ist natürlich ein bisschen aufwendiger. Du kennst ja den Ringel-Leona, ne? Ja. So. Ist mir so runtergeflutzt. Ich kann es dir zeigen. Das ist einfach ein Tatort gewesen. Wie eine Blutspur. Und dann lag das Stück Leona einfach an der Tribüne. Traurig sieht es aus. Wirklich traurig. Wirklich fehlen nur noch so diese Polizeiabsperrungen. Ja. Ja, da war auch viel Polizei dann hinter mir auf der Tribüne. Und ich glaube, in der Halbzeit wurde der Tatort gereinigt. Ja. Und dann habe ich mir das Spiel angeguckt. Das sind die zwei Sachen, die mich ein bisschen gestört haben. Also wenn die den Leona einmal halbieren würden, dann wäre der nicht so groß. Dann könnte man den erstens besser essen. Und zweitens würde er, glaube ich, nicht so leicht aus dem Brötchen flutschen. Vielleicht ist es ja dann besser, wenn wir nächste Saison wieder in Elversberg spielen. Das werden wir sehen. Werden wir sehen. Hoffentlich nicht. Aber. Can we do it on a cold night in Elversberg? On a hot sweaty day. Hot sweaty day in Elversberg. In Elversberg. Ja. Und dann bin ich noch auf dem 50. Geburtstag bei uns im Ort. Das war es gestern nach Hause. Das war mein Wochenende. Das war so ein schönes Wochenende. Ja. Ja, war echt cool. Ja. Also wie gesagt, ich war in Ostdeutschland. Da gewinnst du, würde ich sagen. Klarer Punktsieg. Anscheinend schon. Ich muss ja dazu sagen, dass du das Thema schon vor der Aufnahme angeschnitten hast und wirklich dich nicht gut angehört hast. Deswegen war mir klar, dass ich da Punktsieger bin am Wochenende. Ja, gerade also die Sache da mit dem CSD, der da von Neonazis gestört wird und auch, wie gesagt, da war Lutz und ich war auf dieser AfD-Veranstaltung. Die wollen halt wirklich einen ganz anderen Staat haben als wir. Also da ist nichts mit Freiheit und Toleranz und jeder kann machen, was er will, sondern jeder kann machen, was er will, wenn es meiner Meinung entspricht. Dann kannst du machen, was du willst. Aber ist denn beim CSD irgendwas passiert oder war es nur die Drohung? Ja, also war halt massiv Polizei, aber ich war ja nicht selber vor Ort, aber es war wohl halt auch so eine Pulverfass-Stimmung. Wo ich dann auch da gehört habe von einem Security, den wir da vor Ort kannten, der meinte, wenn da eine Flasche fliegt, dann explodiert das hier. Und das ist halt schon so, ja. Scheiße. Scheiße, ja. Wirklich scheiße. Ich habe ja letzte Woche schon vom Wahlkampf ein bisschen gesprochen in Amerika. Es geht ja einfach so weiter. Es wird ja direkt weiter aufgedeckt, irgendwelche Sachen aus der Vergangenheit. Das war jetzt beim möglichen Vizekandidaten der Demokraten, wie heißt er, Tim Walz? Tim Walz, ja. Ja. Ist ja jetzt ein Mugshot aufgetaucht. Echt? Das habe ich gar nicht gehört. Ja. Ich habe einen Screenshot gemacht. Hier vor 30 Jahren ungefähr. Und warum? Betrunken am Steuer. Und es ist natürlich ganz klar, dass das jetzt schnell ans Tageslicht kommt. Die Schmutzkampagne geht also weiter. Ja. Und das muss ich sagen, hat ja früher keiner hier mitbekommen, wer das ist und was er macht und was er tut. Und zack, hat man das ganze Leben von ihm einfach mal offengelegt wie so ein Buch. Ja, so ist das. Das muss ich sagen, das ist mir wieder direkt aufgefallen, als ich das gelesen habe. Und dachte, komm, das muss ich mir da mitteilen. Dieses 29 Jahre alte Polizeifoto, funny. Ja gut, aber betrunken am Steuer, das klingt ja wie eine Jugendsünde. Wie alt war er denn da? 31. 31, ja gut. Das ist keine absolute Jugendsünde. Er sagt, der Vorfall habe ihn zu einem besseren Menschen gemacht. Was soll er auch andere sagen jetzt? Aber ich muss sagen, ich finde ihn echt sympathisch. Also ich habe so ein paar Videos auch von ihm gesehen. Oder sowieso, was ich echt sympathisch finde gerade, das würde ich mir auch mal wieder für Deutschland wünschen. Ist mir auch egal, von welcher der demokratischen Parteien die Einschränkungen mache ich mal. Es kommt, aber da können sich alle mal ein Beispiel annehmen. CDU, SPD, Grüne, FDP. Das fände ich einfach mal geil. Mal wieder positive Politik. Weil was ich gerade bei Harris und Rawls angenehm finde, ist, dass es mal wieder positive und wir wollen was Positives verändern. Und das war ja bis jetzt immer nur so, dieses Joe Biden sagt, Trump ist scheiße. Trump sagt, Joe Biden ist scheiße. Aber dass man mal sagt, wir wollen was Positives im Land verändern mit einem positiven Ansatz. Ich sage jetzt nochmal positiv, damit das Wort positiv möglichst auch vorkommt. Wirklich, weißt du, was ich meine? Dass man eben... Positiv sein. Positiv ist. Das fände ich mal angenehm. In Deutschland ist es ja auch immer nur dieses Negative. Alles ist immer zum Kotzen. Also wie gesagt, ich war ja in Ostdeutschland, falls ich es schon erzählt habe. Da war was. Und es war wunderschön. Und die Leute gehen da trotzdem in so einer Fluppe auf halb neun so rum. Schlechte Laune. Das ist so deutsch alles. Dieses schlechte Laune. Warum kann man denn nicht mal freudig und positiv? Das liegt nicht in unserer Mentalität vielleicht. Ich glaube, das ist genau das, was ja auch einen Unterschied machen kann. Wenn du einen guten, positiven Lösungsansatz hast, dann kannst du ja auch Leute mitnehmen. Also gerade die Unschlüssigen, die jetzt nicht rechts wählen. Also das geht ja ganz schnell. Die hast du ja mit einem guten Konzept. Deswegen gibt es ja auch bald die CSU 2. Ja, eben. Da werden wir ja rangehen. Und genau diesen Ansatz müssen wir dann eben wählen, dass es natürlich Leute mitreißt. Ja, dass man eben Punkte sagt, die man verändern will, wo man sagt, das finde ich geil, davon will ich euch überzeugen. Und nicht so zum Beispiel würde ich mir auch von der CDU. Ich meine, die sind jetzt in der Opposition. Da müssen sie doch einen Ansatz entwickeln. Wo wollen sie mit dem Land hin? Was finden sie geil? Was fänden sie cool? Stattdessen sagt Merz immer nur, alles, was die haben wir gemacht, machen wir rückgängig. Weil das dann viel besser ist. Ja, genau. Aber das ist doch kein Ansatz. Einfach nur so, alles bleibt hier so, wie es ist. So ungefähr. Und hier gibt es nichts zu rütteln. Also die haben doch alle auch Berater, die das doch auch mal analysieren müssen. Ja, aber vielleicht verfängt das in Deutschland einfach nicht. Meinst du? Ja, weil wir sind ja ein negatives Volk. Also wir mögen lieber negatives nochmal rausstechen. Meckern. Der Deutsche meckert einfach gern. Ich meckere ja auch ständig. Auch die heutigen Spezials sind ja eigentlich immer nur Meckerspezials. Klar, wir sind so Entertainment, aber wir meckern ja auch immer nur. Meckern, meckern, meckern. Das will der Deutsche sehen. Alles läuft scheiße. Also müssen wir den Deutschen ändern. Der Deutsche muss sich ändern. Das ist doch auch ein schöner Slogan. Werden wir positiv, Freunde. Es ist doch alles gar nicht so scheiße. Guck mal, die Sonne scheint. Aber heute ist schon wieder fast zu warm. Heute wird es zu warm. Ja, genau so ist es. Heute wird es, glaube ich, zu warm. Für uns Deutsche ist das zu warm. Das ist genau das perfekte Beispiel, wie es in Deutschland läuft. Man freut sich nicht über den Sonnenschein. Viel zu warm. Viel zu schwül heute. Ja, damit können wir nicht umgehen. Und wenn es regnet, heißt es, wenn es ständig ist am Regnen. Ja, klar. Die erste Hälfte des Sommers, das war ja eine Katastrophe. Nein, da gebe ich dir recht. Also wirklich so einen positiveren Ansatz, egal in welcher Hinsicht, das macht, glaube ich, schon Sinn. Und das wäre schon ganz schön. Dagegen, Trump ist ja wirklich einfach nur, ich habe auch das Gefühl, er wird so leicht panisch, weil eben die anderen jetzt so eine positive Kampagne haben. Hast du seine Pressekonferenz da gesehen? Die war schon wieder weird. Weird. Also da habe ich auch einen Ausschnitt, den können wir uns mal anhören. Also ich habe das erst nur gelesen und dachte, das wäre irgendein Witz von irgendwem. Aber da ging es um seine Rede am 6. Januar damals, 2020, glaube ich, oder so. Und dann philosophiert er wirklich eine Minute darüber, dass sein Publikum da viel größer war als das von Martin Luther King. Ah, okay. Jetzt ist es jetzt ernst. Okay. Ich spiele es mal ab. Ich habe immer noch die Bildung von der größten, die 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 größten. Und sie sagten, er hat ein Millionen Menschen, aber ich hatte 25,000 Menschen. Was ist das denn wieder für... Also ich habe ganz klar die größere Menge an Leuten. Ich habe den größeren. Das ist Trumps Politikstil. Ja. Vor allem... Ich finde, eigentlich hat er ja auch, ich habe den größeren, aber vor allem auch, er hat den kleineren. Das macht er ja sehr gerne. Ja, ja. Und also, das kann die Leute doch jetzt nicht wirklich interessieren, ob da mehr Zuschauer hat als bei Martin Luther King. Das ist doch völlig egal. Ich sage ja, das ist manchmal einfach Unterhaltung da im US-Wahlkampf. Aber das ist doch wirklich, das ist doch Nonsens. Ja, aber das gehört eben dazu bei den Amis. Und ich habe noch, genau, jetzt, das wollte ich dir nämlich noch zeigen, zu dem Mekka-Ansatz, ne? Habe ich das perfekte Beispiel nämlich auch gefunden. Das glaubt man nicht wirklich. Also, die Stadt Dresden hat auf Facebook geschrieben, gute Nachrichten, die Weltkriegsbombe, die am Freitag an der Zwickauer Straße gefunden worden war, ist entschärft. Gerda kommentiert darunter, und wer kommt für die Kosten auf der Deutsche? Ja, lieber, lieber sterben. Dann lassen wir das Ding lieber hochgehen und sterben. Wer kommt für die Kosten auf der Deutsche wieder mal? Aber wer denn sonst? Also, grundsätzlich, wer sollen für die Kosten aufkommen? Ja, wenn es eine amerikanische Bombe war, dann der Ami. Das ist ein Ansatz. Oder eine Französische an der Franzose, oder Englische, oder Engländer. Ich finde, das ist ein guter Ansatz. Es ist wirklich gut, nachdem die Bombe es entschärft. Und wer zahlt mal wieder? Wir. Von unseren Steuern geldern. Nächstes Mal lieber hochgehen lassen. So. Und nicht evakuieren. Was machen wir jetzt ohne Olympia? Das ist eine gute Frage, ne? Da fällt man erstmal in so ein Sportloch. Ein Sportloch, ja. Das ist wirklich wahr. Und vor allem, Schlussfeier gesehen? Nee, gar nichts. Ich habe nur gelesen, dass Tom Cruise noch irgendeinen Stunt hatte. Das habe ich auch nicht gesehen. Ich habe mich natürlich nur auf den Witz konzentriert, der nicht gezündet hat von Thomas Bach, dem IOC-Präsidenten. Ich finde, der hat aber auch wirklich sehr emotionale Reden immer. Ja, sehr emotional. Und den als Fan schlechter Wortspiele, kann ich nicht verstehen, warum da kein großes Gelächter war. Es waren von Anfang bis Ende sensationelle olympische Spiele. Oder, dare I say, oder sollte ich sagen, sensationelle Spiele. Tja, war aber im Hintergrund auch direkt dieses Sensationelle. Verstehen Sie? Aber ich glaube, wenn du als Sportler da in der Seine schwimmen musstest und dich danach übergeben hast und durchfass, fandst du es nicht ganz so lustig. Ja, dann sprang du doch mal in die Seine, du Idiot. Das war wirklich. Ich sage, so haben die wirklich gedacht. Die Wasserqualität wurde doch dann auch besser. Ja, wurde besser. Aber es hat ja echt viele Probleme, glaube ich. Krankheit. Aber nur, weil sie vorher mit dem Thema in Verbindung gebracht wurden. Und dann ist es natürlich, denkt man ja viel mehr drüber nach. Ihr hattet, das ist auch dieser zu negative Ansatz. So, was passiert, wenn ich mich jetzt in die Sense schmeiße? Ich finde, er hätte einfach noch weiter weitermachen sollen. Ich hätte noch als Beispiele für ihn, diese Spiele haben wirklich jeden Rekord gebrochen. Oder soll ich sagen, erbrochen? Das ist, das war so noch ein Drausatz, oder? Und klar gab es das eine oder andere Kolibakterium. Aber dann waren es halt die Koli-Jümpfische Spiele. Das Niveau geht den Bach runter. Den Thomas Bach runter. Naja. Okay. Hast du die Rede geschrieben? Ich habe die Rede geschrieben. Aber die drei hat er noch rausgenommen? Die drei hat er noch rausgenommen. Aber ich kann es schon verstehen, dass man das als Sportler nicht so witzig fand. Ich habe trotzdem noch Nachträge zu Olympia auch. Ja, ich habe auch noch ein paar. Habe ich eine Umfrage in England gesehen. Mein Lieblingsland England. Kommt ja jetzt fast in jeder Folge vor. Und zwar gibt es eine Top-Umfrage in England. 27 Prozent, also ein Viertel des Landes, geht davon aus, 27 Prozent der Briten gehen davon aus, dass sie sich für eine Sportart bei Olympia 2028 qualifizieren könnten, wenn sie heute mit dem Training beginnen würden. Sagt ein Viertel des Landes. Wie soll das gehen? Als Ex-Sportler, was sagst du dazu? Nein. Einfach nein. Klar wäre jetzt interessant zu wissen, was sie gerne machen würden. Ja, gibt es auch Umfragen. Es gibt sogar Spezifizierungen, was sie sich zutrauen. Ja, mach mal. Also 15 Prozent sagen 10 Meter Luftgewehr. Das habe ich locker. Das habe ich mir schon so halb gedacht, dass es auf Schießen geht. Bogen schießen 13 Prozent. Badminton sagen 10 Prozent. Nie im Leben. Nie im Leben. Nie im Leben. Tischtennis 9 Prozent. Auch nie im Leben. Also wenn du dir eine Tischtennisveranstaltung mal von so Weltprofis angeguckt hast. Vor allem, die kriegen nicht einen Aufschlag zurück auf die Platte. Kommt da so ein Brite aus dem Pub getorkelt, also Olympia könnte ich auch. Könnte ich auch, was die da machen mit den Schlägern, also ein bisschen Bälle hin und der, bla bla. Genau so ist das Gespräch mit Sicherheit verlaufen. 7 Prozent sagen Rudern. Hä? Das finde ich auch top. 100 Meter Sprint sagen 6 Prozent. 6 Prozent der Briefe sagen, sie können sich für einen 100 Meter Sprint qualifizieren. Ich habe jetzt, durch Olympia, habe ich bei Netflix die Doku Sprint angeguckt oder angefangen zu gucken. Also nie im Leben. Wie soll das funktionieren? Wie sollen die in vier Jahren auf das Niveau kommen, wo die jetzt schon sind, die anderen? Vor allem beim Sprint 100 Meter Sprint? Aber ich sehe das so richtig vor mir. Das ist doch eine Quatsch-Umfrage. Der Brite sitzt dann da zu Hause, eine Olympia läuft, man kennt das ja auch von sich selber, sitzt da so mit der Tüte Chips, Bierchen vielleicht in der Hand, macht so ein Olympionik, macht so den entscheidenden Fehler, dass er nicht um Gold und du sitzt da so, tja, also vorne. Ganz ehrlich. Ja, so bin ich ja auch. Schlecht. Aber ich kann dann schon einschätzen, das wird schwer in vier Jahren. Ja, aber vielleicht, weil du eben aus dem Profisport kommst, aber so der Nomado, also ich sitze dann so auf der Kalle, also komm, gib mir vier Jahre, dann mache ich ja besser als du. Weißt du, das ist die Attitüde, die die Briten da haben offensichtlich. Also die Disziplinen wie Schießen, Bogenschießen, das kann ich gar nicht beurteilen, aber gerade wenn es um so Ballsportarten, da braucht man eh schon mal dieses Grundtalent, dass du da irgendwo mitspielen könntest. Plus dann bei den Sachen wie Sprint, also da brauchst du auch gewisse Voraussetzungen, dass du das machen kannst. Also ich wäre in meiner sportlichen Laufbahn, auch hätte ich gesagt mit, ich sag jetzt mal mit 22, nee, ich will jetzt zum Sprint wechseln, dann wäre ich trotzdem nur mit allem Training, sage ich, ich glaube 13 Sekunden auf die 100 Meter gelaufen. Und das ist dann immer noch vier Sekunden von allen anderen wechseln. Ah, gib dem Brit mal vier Jahre. Locker. Locker. Da bin ich gespannt, wer für Großbritannien in vier Jahren antritt. Die werden den Medaillenspiegel anführen. Vor allem wird das ein geiles Interview, wenn der Gold geholt hat. Ich habe es euch gesagt vor vier Jahren, wenn ich jetzt anfange und hier stehe ich, die sitzen wahrscheinlich auch so vor dem Fernseher, wenn Olympia läuft und wenn dann einer Gold gewinnt, sagen, ja, what can you do with on a cold night in Stoke? Dich, Tennis. Bei windigen Feindnissen in Stoke im Stadion. Das siehst du ja auch an den Wettkämpfen. Du brauchst ja, wie ich eben schon gesagt habe, dieses Grundtalent. Klar gibt es Sportarten, wo du dich auch eher nochmal reinarbeiten kannst, aber brauchst eben Grundvoraussetzungen. Das siehst du ja auch zum Beispiel, bei Duplantis, dem Hochspringer. Ja. Der ist eben einmalig. Der springt jeden Wettkampf, wo er will, springt er nochmal einen Weltrekord. So. Und das macht der, weil der da, klar, trainiert dafür, aber der hat gewisse Voraussetzungen, Talent, dass der das auch eben machen kann. Und das kann nicht jeder. Naja, dieser Schwede, da soll der mal nach Stoke kommen. Der springt ja, ich sag, der springt da auch einen Weltrekord. Ja, aber dann weht der Wind die Latte runter und dann zählt es nicht. Ist natürlich gut möglich. Aber, naja. Wie gesagt, ich bin gespannt, wer dann vier Jahren für die Briten antritt und sich auch committet, dass er erst vor vier Jahren angefangen hat, die Sportler zu betätigen. Wie findest du denn generell unsere Sportförderung? Also es wird ja immer, immer alle vier Jahre regt man sich dann darüber auf über den schlechten Medaillenspiegel oder die schlechte Medaillenausbeut und dann passiert nichts, wie immer. Doch, es ist kurz Thema. Ja, kurz. Und dann passiert vier Jahre wieder nichts und dann regt man sich wieder darüber auf. Ja, das trifft es eigentlich ganz gut. Das kann man genauso stehen lassen. Okay. Also zum Beispiel habe ich mir auch mal angeguckt, was es in anderen Ländern für Gold gibt. Also bei uns gibt es, glaube ich, für eine Goldmedaille 20.000 Euro, aber auch nicht über Staatsgelder, sondern das Preisgeld wird von der Sporthilfe privat finanziert. 20.000 ist im Vergleich gar nicht so viel. Also in Hongkong gibt es 700.000 für eine Goldmedaille. Gut, Hongkong passiert wahrscheinlich auch nicht so oft. Singapur 680.000, Taiwan 550.000 plus lebenslang 3.700 Euro monatlich. Boah, das ist natürlich ein Kracher. Dann der philippinische Turner, der Gold gewonnen hat. Man bekommt 195.000 Euro, ein Haus und eine Zwei-Zimmer-Wohnung, Möbel im Wert von 1.500 Euro, lebenslang Rahmen und Restaurantbesuche und jetzt kommt das Beste, kostenlose Darmspiegelung. Gesamtpaket, das auf jeden Fall passt. Vor allem, wenn er bei den Sensational Spielen dabei war, dann braucht er die auf jeden Fall. Da muss er sich auch keine Gedanken machen, die kriegt er direkt. Auch in Polen kriegt man 60.000 Euro, also das Dreifache als in Deutschland. In Schweden bekommt man allerdings gar nichts. Okay. Also wie ordnest du uns dazwischen ein? Schwer zu sagen, natürlich. Ich glaube, Deutschland geht immer noch davon aus, dass wir mehr Goldmedaillen holen als das, was wir jetzt zum Beispiel dieses Jahr geholt haben. Deswegen wird wahrscheinlich die Prämie auch nicht so hoch ausfallen, vor allem wenn die also privat finanziert wird. Ich glaube, das grundlegende Problem ist eben mit der Förderung an sich, aber das ist so schwer, glaube ich, umzustellen, weil ich das Gefühl habe, in Deutschland ist eben der Sport, der die meiste Aufmerksamkeit zieht, auch der lukrativste, egal in welcher Richtung, ob das Sponsorengelder sind, ob das Fernsehgelder sind oder sonst was und die Randsportarten eben wirklich hinten runterfallen. Das ist einfach Fakt. Und da finde ich eben das amerikanische Sportsystem mit dem Aufbau über Highschool und College und so weiter ganz anders und viel effektiver. Ja, aber haben die Bundesjugendspiele? Mehr oder weniger. Wir ja auch nicht mehr. Doch, wieso? Wir haben doch auch noch die Bundesjugendspiele. Hä, die werden doch jetzt abgeschafft. Nein, das ist doch so ein Hoax. Die gibt es doch immer noch. Ja, niemand will die Bundesjugendspiele abschaffen. Ich glaube, das war auch wieder nur so ein Aufreger. Eine Ente? Eine Ente. Bundesjugendspiele abgeschafft, google ich mal. Die Bundesjugendspiele werden nicht abgeschafft. Okay. Siehst du, aber du bist schon drauf reingefallen. So schnell kann es nämlich gehen. Ja, ja. Ich glaube, es ist eher so, dass wurde nicht dieses Teilnehmerurkunde, Ehrenurkunde, Siegerurkunde, ob da das System irgendwie umgestellt wird. Das kann auch sein. Da werden auch Sportarten gefördert, die bei uns ja viel weniger gefördert werden und dadurch ist natürlich so ein Land wie die USA auch bei Olympia viel breiter aufgestellt, weil du eben auch im College, egal ob das Lacrosse ist oder gerade auch das Turnen, was ja in Amerika einen anderen Stellenwert hat, weil das ja viel krasser unterstützt wird durch auch das Schulsystem. Das macht es natürlich einfacher, bei Groß-Events auch erfolgreich zu sein. Ist eben ein anderer Ansatz, der da gewählt wurde, schon vor Ewigkeiten, aber im Endeffekt kriegst du es besser abgedeckt und das kannst du jetzt hier zum Beispiel nicht mehr umstellen. Ja, aber wenn wir das umstellen würden, dann könnten wir auch nicht alle vier Jahre meckern und darum geht es uns doch. Das würde uns ja mehr Probleme machen. Das würde uns wirklich fehlen. Ja, ansonsten finde ich eben, ja, fehlende Aufmerksamkeit hier in Deutschland und dann fehlen dir auch zwangsläufig die Gelder. Ja, es sind ja wirklich oft Sportarten, zum Beispiel Handball hat ja noch relativ große Aufmerksamkeit, aber trotzdem auch dann oft nur bei Weltmeisterschaften, Europameisterschaften oder Olympia. Genau. Und dann für die Sportarten dann da weiter drunter, nenne ich es jetzt mal, ist es ja noch weniger. Und es ist ja dann oftmals sehr zeitintensiv. Das heißt, du musst ja deinen Job, den du dann irgendwann auch haben wirst, mit dem Sport verbinden können. Das sind ja dann oftmals, Sportsoldaten oder Leute, die bei der Polizei sind, dass sie auch die Möglichkeit haben, so zu trainieren, dass sie auch also wettkampffähig sind, gerade bei den Großereignissen wie Olympia oder Weltmeisterschaften. Zum Beispiel, die eine deutsche Schwimmerin muss nebenberuflich Ex-Freundin sein. Die hat es dir jetzt, die ist in deinem Fiel mir gerade noch mal so ein. Ja, aber das ist ja trotzdem und da ist immer dann die Aufmerksamkeit natürlich extrem zu der Zeit von Olympia wird das wahrscheinlich jetzt noch ein, zwei Wochen das Thema sein und danach wird das wieder versanden. Das ist genauso wie mit dem Thema, was auch noch auf uns zukommen wird. 2034, in zehn Jahren, ist ja jetzt schon klar, dass die WM da in Saudi-Arabien stattfinden wird. Das wird wie mit Katar sein. Wenn man das ändern würde, dann müsste man es jetzt, jetzt müsste ein großer Protest kommen, wo es dahin vergeben wird. Stattdessen wird jetzt wieder, das ist alles nur so eine kleine Welle und dann wieder ein Jahr vorher wird es wieder tausend Dokus über die Menschenrechtsverletzungen in Saudi-Arabien geben und so weiter und so fort. Ist ja auch zu Recht, aber dann ist es halt zu spät und dann wird es auch wieder an den Sportlern abgeladen, die dann da hinfahren. Ja. Das wird wieder genauso kommen. Ja, das kann gut sein. Da bin ich bei dir. Aber deswegen finde ich eben trotzdem Olympia umso schöner, dass eben Sportarten auch eine Bühne bekommen, die man sonst nicht so guckt und wo man nicht so involviert ist und ich habe es ja auch schon mehrmals jetzt gesagt, ich bin da, aber auch Feuer und Flamme, ist egal welche Sportart, wenn es da wirklich in der Crunch-Time ist, kann ich irgendwie dann doch emotional mitfühlen. Vor allem wenn man dann zu jeder Sportart sagen kann, gib mir vier Jahre, aber besser als du, Kollege, bitte. Da waren wirklich so ein paar Sachen, da war ich teilweise ergriffen, teilweise habe ich mich richtig aufgeregt und teilweise bin ich auch springend durchs Wohnzimmer, zum Beispiel das Ergreifende war das letzte internationale Spiel von Timo Boll und was danach für eine Stimmung war, das war schon Gänsehaut. Leider nicht erfolgreich, aber das war schon cool, das auch sehen zu können. Wenn das jetzt eine Weltmeisterschaft gewesen wäre, hätte man, glaube ich, nichts davon gesehen. und deswegen ist es also schön, dass sowas bei Olympia lief und man das verfolgen konnte. Ja. Das war so ein Punkt, ausgeflippt bin ich nach dem Penalty-Schießen im Hockey, als vor allem auch der Holländer dann noch provoziert hat. Hast du das gesehen? Ja. Es ist doch gut, dass wir mit den Holländern endlich mal wieder so eine Sportfeindschaft, wie in den früheren Zeiten, wie so Rudi Völler. Ja. Du kannst ja ein schlechter Verlierer sein, aber noch viel schlimmer ein schlechter Gewinner. Ja. Vor allem, der wird Olympiasieger und fängt dann an zu provozieren, das kann ich gar nicht nachvollziehen. 0,0. Freu dich doch einfach. Ich finde ja, der Deutsche ist überraschend ruhig geblieben. Ja. Also der Deutsche, andere Deutsche waren nicht ganz so ruhig. Nee, aber ja, wahrscheinlich auch. Ich hätte, glaube ich, direkt geklatscht. Versucht zu klatschen. Versucht zu klatschen. Versucht zu klatschen. Ab zu klatschen. Ab zu klatschen. Also ein High-Five. So ein High-Five. Halb-Five, ja. Landte das Ding eben an der Backe. Aus Versehen. Aus Versehen an der Backe. Da war ich wild und wo die, wo ich wirklich im Wohnzimmer rumgesprungen bin und im Schlafzimmer dann Viertelfinale und Halbfinale der Deutschen Handballer. Ja, das war geil. Das Viertelfinale war ja unfassbar. Wie sie das gedreht haben. Krass. Ja. gegen Frankreich. Und da haben einfach schon TV-Kommentatoren gesagt, das war's. Das war's. Das Spiel ist aus. Und dann hat er den Ball einfach hergegeben. Und da habe ich die, die, dann noch die, die letzten zwei Minuten von der Verlängerung, das war ja auch Wahnsinn, wie Andi Wolf dann auch gehalten hat. Ne, Quatsch. Andi Wolf hat im Halbfinale überrang gehalten, aber David Späth dann im Viertelfinale zum Ende hin. Oh, das war geil. Geil. Da gucke ich gerne Handballer. Aber auch die Beachvolleyballer fand ich geil. Beachvolleyballer. Da habe ich leider das Finale dann auch nicht gesehen, aber das war leider sehr deutlich. Ja. Na gut, wie bei den Handballern das Finale, das war dann leider auch deutlich, aber egal. Trotzdem geiles Turnier. Ja. Hat Bock gemacht. Vor allem, klar ist das, glaube ich, extrem enttäuschend, wenn du dann so ein Spiel im Finale ablieferst. Egal, ob das jetzt beim Beachvolleyballer oder beim Handball, aber ich glaube, wenn du zwei Nächte drüber schläfst und damit ja gar nicht gerechnet hast und dir das auch keiner zugetraut hat, dann ist es umso geiler, dass du da mit Silber am Hals aufwachst. Was ich auch noch eine Top-Sport anfand, die ich vorher halt noch gar nicht gesehen hatte, ist dieses 3x3 Basketball. Ja. Das fände ich halt auch geil. Da habe ich noch nie ein Spiel vorher gesehen und das macht ja total Bock zu gucken, weil es so schnell ist einfach auch und auch da die deutschen Frauen, das hat einfach richtig Bock gemacht. Und da siehst du ja auch, was passieren kann, wenn du in so einem Flow bist. Ja. Mit denen hat ja auch gar keiner gerechnet. Die haben sich ja gerade so qualifiziert. Das war die erste Olympia-Teilnahme. Und da sind die dann doch eher da durchmarschiert schon fast. Das ist eben geil, dass das zu sehen ist bei Olympia. Ja. dass wirklich da die Aufmerksamkeit zumindest da ist. Ich habe noch was Lustiges gesehen, auf jeden Fall. Das wurde mir gestern zugeschickt, gestern Abend. Am Samstag war ja dann die Finals von, also Spiel und Platz 3 und das Finale mit Basketball, Herrenbasketball. Und die Serben haben ja die Deutschen geschlagen und mussten ja dann warten bis nach dem Finale. Und die haben schon ein bisschen gefeiert, ne? Das habe ich auch gesehen. Das war top. Und es war wohl so, dass, also was heißt das war wohl so? Es war so, dass einige Spieler schon leicht angeschossen aufs Podium sind. Und vor allem der Superstar der Serben, Nikola Jokic, da habe ich den kleinen Ausschnitt gesehen, da musste er gefühlt festgehalten werden, dass er nicht hinten rüberkippt und vom Podium fällt. Also die haben auf jeden Fall die Zeit genutzt. Ja. Und in Paris einen kleinen Rotwein getrunken. In kleinen. Kleinen Lütten. Das waren 15 Leute oder 10, 10 Leute. Ja, das war echt lustig. Das war wirklich die besoffenste Siegerehrung, die ich je gesehen habe. South Seychnell. Ja. South Seychnell. Da habe ich, da musste ich noch lachen. Das war gut. Ja, das waren so die, die, so die vier, vier Punkte. Emotional habe ich mich aufgeregt einmal, richtig gefreut und richtig gelacht, als ich das gesehen habe. Die vier olympischen Ringe. Die vier olympischen Ringe. Ja. Das waren jetzt die letzte Olympia-Woche zusammengefasst bei mir. Fehlt eigentlich nur noch eine Sache, ne? Ich glaube schon. Um die Stimmung jetzt hier mal nicht zu gut werden zu lassen. Ja, nee. Die Überschrift ist Opa beim Frühstück. Die ist vielversprechend. Opa beim Frühstück. Mach mal den Nichtschwimmer. Seine Tochter Lisa fragt nach. Wie meinst du das? Halt mal den Rand. Ja, dann schöne olympiafreie Woche wünsche ich dir. Dir auch. Auf der Suche nach neuen sportlichen Events. Tschüss. Tschüss. Schlag und Fertig ist eine Produktion von Flutlichtfilm in Zusammenarbeit mit Knacker Einfach. Neue Episoden gibt es immer mittwochs, überall dort, wo es Podcasts gibt. Begleitung und Fertig ist eine Produktion.